Hallo und herzlich willkommen zurück zu Battlefield 1. Heute geht es weiter mit Multiplayer. Und wir schauen hier mal unseren Soldaten an. Oh, Jambia Messer. Oder Schaufel. Hier ist so ein Messer. Auch anpassen. Waffenessig. Ich glaube er ist 90. Oh, okay. Das Feld weiter im 19a. Hier nur noch des roten Barons. Die gehaltene. Und wir gehen direkt hier hin. Dort hinten fahre ich direkt ein. Ja, meine Granate. War gut. Leider Gegner. Von der Seite. Okay. Wir gehen zu D. Das war am einfachsten, wenn wir jetzt C rübern wollen. Uh. Den habe ich nicht gesehen. Hm. Toll. Und da wieder angenommen. Wieso so weit weg? Dort ist ein feindliches Panzer. Oh shit. Oh shit. Geschafft Fahrzeug. Ich habe nicht gehabt Fahrt. Jungs. Alles cool. Oh. Nimmst du nichts? Komm schon mal. Komm schon mal. Komm schon mal. Geschafft. Ich gebe auch nicht auf. Was? Was? Kavalier. Eich. Sie rübern uns langsam. Ja. Mal ausprobieren. Oh Gott. Das neue Schrotflinte. Das ist eine gute Idee. Die Borderegelung. Die Borderegelung. Nein. Das ist eine gute Idee. Die Borderegelung. Und so bichst... Ja, die... ...nimm ich. Wo? Du und ich wissen nicht. Oh, danke. Oh. Ah, wo? Und weiter geht's. Oh mein Gott. Ich habe fast keine Hebel. Und fast keine Munition. Oh mein Gott. So weiter. Immerhin noch einen mitgenommen. David. 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 Von David gehen wir zu Cecile. Was? Ja. Ja. Von hinten. Ja. 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 Einfach aufhalten, So geht das auch. So nach hinten gehen. Okay. 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 Ach komm. Anders ging es nicht. Anders konnte ich nicht vorwärts kommen. Da fliegt mir seine Unterkreise. Soll die Raubstilzen. Nehme ich da wieder den Sturmsoldaten. Verlieren und gewinnen mit dem Vorgarten. Wer wird gewinnen? Das waren Sturmsoldaten. Ha. Wo gehen wir hin? Ja. 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 Und wieder in das Verwache. Und uns nur treffen. mit dem Reiter Ach du Scheisse Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Zu viele Leute da, es geht zu schnell Und die sind sie auch wieder an der Oben Ah verdammt Es wird Zeit ist nicht schnell, mit dem Panzer loszuwerden Das andere Problem, man muss sich auf den Bauch legen Für diese Wache Ach, von hinten überrascht, mit dem Panzer zu kommen So sieht es aus Ja komm, wollte ich hier hinten bespauen, hätten sie mich direkt Hätte ich direkt A gedrückt Nichts E Okay Puh, hier noch drei geben Hm, vorher sehe ich hier gut weg Ja Toll Toll Und warte Ich gehe dann hier rein 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 Und dann kann ich hier mal bei-druh Ich gehe dann mit Brand Ich gehe dann hier rein Ich gehe dann hier rein Ich gehe dann hier rein Mal schauen Mal schauen Mal schauen Sie ist ein Stinksau Was für eine Snapper Wir haben hier B und A verloren Ich bin immer näher wenn ich hier Toll Einfach toll Ja Ich gehe jetzt mal Jetzt kriege ich das in Bomber Ich gehe jetzt in Bomber Oh Gott Oh Gott Temperatur Scha-scha-scha-scha-scha-scha-scha-schaj Welche sind da? Ich weiss nicht wie. Keine Chance, 10 Sekunden. Ich habe Schaden angerichtet. Leider kann es sich wieder zusammenflicken. Und gut ist. Bisschen. Leiden dann. Bisschen. Schaffungsgeld! Weg! Attacke! Ich schaffe es! 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 Das haben wir uns. Was da? Ah, mein Leben noch. Die haben wieder keinen Sani. Komm, das schaffe ich doch. Oh. Ah, Scheiße. Ich habe schon gesehen, Sani. Sani, hallo? Nein. Schon wieder? Scheiße. Was? Dort oben. Wie sieht es aber aus hier? Was tun soll damit? Immer noch... Ich glaube, nächste Mal nehme ich auch keinen Bomber. Ja. Oh, der spricht jetzt. Eine Niederlage. Jo. Knap, knap, knap. Ja. Spielbonus mal eins. 28 Minuten. Ja, okay. Sind ja ein paar Minuten später zurückgegangen. 2. Highlights. 2. 3. 2. 2. 2. 3. 3. 3. 3. 3. irm hat hier ein dickes Biddlepack Opening. Vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, euer Blackie und...